Ein Ehepaar wurde erschlagen und verstümmelt. Das war Hass. Hass, einfach Angst. Die Verletzten waren Derek Hasem und seine Frau Nancy. Unter Tatverdacht nicht nur die Tochter des Paares, sondern auch deren Freund, ein deutscher Diplomatensohn, sein Name Jens Söhring. Die zwei waren ein schreckliches Puzzle, das zusammenfällt. Meine Eltern sterben, weil Jens und ich war obsessed mit einem anderen. Diese waren zwei Lovers, die haben sich auf einen anderen. Ein Tag, sie sagten, es war Elisabeth. Sie sagten, ich habe meine Eltern. Die nächsten Tag, sie sagten, es war Jens. Er sagte, er hat meine Eltern. Sie lieben. Und dann, sie sagten, wieder zurück. Jens sagte, wegen seiner freien Willen, er hatte eine Wahl. Er hatte eine Wahl. Ich täte das Richtige und habe etwas sehr Falsches getan. Ich täte das Richtige